Leute, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von meinem OP-GS und zwar habe ich mir heute mal gedacht, ja Leute, ihr wisst ja, ich bin ja nicht der ärmste Spieler, ihr wisst ja auch, dass ich ein geile GS bis jetzt hatte und jetzt habe ich mir schon wieder ein neues gebaut und ich habe mir gedacht, heute nehme ich euch mal mit und zeige euch, wie ich hier alles platziere, dann würde ich sagen, let's go! Vielen Dank! Okay, Leute, ich wollte jetzt sagen, wir sind mit dem Außenrand fertig und ich wollte nur nochmal anmerken, Leute, alles, was hier in meinem Inventar ist, ist erarbeitet, wurde nicht dupliziert, das verdanke ich ungefähr zwei Jahre Erfahrung und Handeln, Leute, und spielen und zocken halt, weil ich wirklich aktiv auf Global Games zocke und ja, Leute, oh, wir haben hier hinten, ne, haben wir doch nicht, äh, ja, machen wir mal ganz kurz die Blöcke weg, wartet, Leute, da haben wir uns mal eine Spitzhacke, raus, uh, kleiner Fail, okay, Leute, dann würde ich sagen, platzieren wir jetzt die restlichen Medien. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute, es kommt mir echt. Es kommt mir gerade ein bisschen lächerlich vor, diese ganzen Beacons jetzt einfach zu platzieren, als wäre es dann nix. Es ist schon ein bisschen lächerlich. Okay Leute, dann würde ich sagen, machen wir hier hinten auch mal weiter. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.